Ich bin der Leo Hillinger und ich will jetzt auch den Mitarbeitern das Weingut einmal zeigen, dass sie wissen, wo kommt dieser gute Wein her. Ja, willkommen bei uns im Weingut. Wir haben jetzt gerade in der Wachstumsphase. Wir sind gerade, wo es richtig Power macht bei uns im Weingut. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir schauen jetzt einmal durch das Weingut durch. Wir gehen jetzt einmal rauf und dann schauen wir im Weinkeller, was jetzt mit den neuen Sachen ist und auch im Parikhfaustkeller schauen wir mal, wie weit dein Manstags Senior ist. Und hier haben wir zum Beispiel auch ein Pheromonband. Wir sind ja Biologen und Biologen, die töten nicht mit Gift, sondern wir verwirren mit Pheromone. Das sind 6-Lagstoffe und die Falter, unsere Schädlinge, die werden durch das verwirrt und dann gibt es faktisch keine Kinder, also frisst man sie auch nicht zusammen. Deswegen haben wir da die Pheromonehänger. Wenn ihr hier greift, die Steine, die sind ganz warm, die heizen sich jetzt auf, speichern die Wärme und in der Nacht geben sie es dann wieder ab. Richtig gutes Weingut. Ich kenne es ja richtig gutes Weingut. Das ist scheiße.